hilfe Jay ich will traden und weiß nicht wie es funktioniert so kam eine PN an mich leider schon ein bisschen älter es tut mir leid ich habe aktuell ungefähr 5600 ungelesenen PNs auf telegramm also sei mir verziehen wenn nicht immer alles gleich so schnell wie möglich geht aber ich versuche natürlich allem gerecht zu werden in diesem video möchte ich euch noch mal ein kleines Refresh machen über ein Tutorial von Femex wie ihr Trades eröffnet auf was müsst ihr achten wie close sind am besten welche Tools könnt ihr nutzen und ja ich würde mal sagen ihr haut in der Zwischenzeit auf den Like Platten wir sehen uns nach dem Intro ja liebe Damen und Herren es ist natürlich immer so eine Sache welcher Exchange ist für mich der richtige im Endeffekt muss ich sagen das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden ihr müsst euch primär eigentlich wohlfühlen und die technischen Aspekte müssen korrekt sein sie müssen funktionieren und was wichtig ist ihr müsst mit der Oberfläche mit der Bedienbarkeit natürlich klarkommen es gibt natürlich jetzt diverse Exchanges und ich bin tatsächlich auf sehr vielen Exchanges vertreten auf PingEx, Bitcat, Bybit, Maxi und viele viele mehr und ich muss sagen für mich hat aktuell Femex die beste Engine das ist für mich wichtig wenn ich scalpe wenn ich ein Compounding mache wenn ich On Point meine Targets berechne ist es für mich einfach sehr sehr wichtig dass meine Orders auch da abgeholt werden wo ich es gerne möchte und oftmals werden insbesondere Bitcat ganz schlecht dargestellte Engine oftmals nicht abgeholt oftmals nicht geclosed wo es eben closen sollte und das kann schnell mal auch dann zu einem negativen Trade führen das ist für mich aus diesem Grund bei Femex auch bisher immer noch das Beste ich muss natürlich auch sagen ich kenne hier den Founder ich kenne den CEO auch sehr gut und ich habe ein sehr gutes Team das mich auch betreut aber auch meine Community betreut und aus diesem Grund ist es für mich eben wichtig weil Femex bisher der einzige ist der sich da wirklich darum kümmert dass es meiner Community gut geht und das ist für mich ein mega Pluspunkt ist jetzt dieser Re-Exchange von der BaFin, Finma etc. Nein ist er nicht es ist nicht reguliert doch wir sind Kryptonianer wir sind dezentral für uns ist die Regulation nicht zwingend notwendig aber natürlich für den Re-Exchange je nachdem wo er eben arbeiten wird ok das kann irgendwann mal zu einem Verhängnis werden muss aber nicht denn ich weiß dass Femex schon in Gesprächen ist zum Thema BaFin oder eben auch Finma in der Schweiz das kann eine Zeit dauern zwei vielleicht drei Jahre das ist immer noch Priorität der Regierung was aber auch wichtig ist dass ihr wisst ich sehe natürlich nicht in die Bücher ich weiß nicht ob ein C-Level Management irgendeinen Mist erzählt oder Mist erbaut das sehe ich nicht aus diesem Grund immer ganz wichtig die Coins die ihr zum holen braucht haut die auf ein Ledger auf eine Bitbox auf eine Hardware Wallet und das was ihr zum Traden braucht das lässt ihr auf der Börse mehr braucht ihr gar nicht das ist ja das Einzige so wenn man hier jetzt eben traden will dann hat man hier natürlich die Construkte so wir habe ich verschiedene Sachen ich habe Möglichkeiten ähm entweder in Coin Marching zu arbeiten wir haben die Möglichkeit äh mit UST zu arbeiten oder sogar in US Dollar das sind so die Möglichkeiten die wir jetzt haben jetzt auf diesem Account sind 90 Dollar drauf ähm das ist so ein bisschen der Video Content Account wenn man das so sagen will das spielt keine Rolle ob man hier erfolgreich ist oder nicht da geht es mir darum euch zu zeigen was man alles tun kann auf der rechten Seite seht ihr jetzt ja das ist mit Level 50 natürlich finde ich auch gut da kommt immer eine eine Warnmeldung Achtung solltest du nicht tun Fakt ist wenn ihr hier auf Cross und das ist standardmäßig auf Cross eingestellt dann zieht ihr jeweils von eurem gesamten Guthaben also schaut da wirklich drauf dass sie dieses Guthaben hier nicht völlig und ganz in die Hände könnt ihr eures Trades lehnen und sobald ihr den Trader öffnet habt kann er sollte der ähm Trade Richtung Liquidations Level gehen könnt ihr alles verlieren somit ist es sehr sehr wichtig dass ihr da wirklich vorsichtig seid und nicht die Finger verbrennt also stellt immer auf Isolated dann nehmt ihr nur das was im aktuellen Trade drin ist wenn der verloren geht geht er verloren aber ihr verliert nicht euer komplettes Asset ich empfehle den Leuten ähm insbesondere den Anfänger wählt etwas zwischen X1, X2 und X3 ihr könnt jetzt hier ähm für für dieses Schulungsvideo gerne mal ein X3 anteasern ne schauen wir uns mal an wir hätten hier ein 2 Millionen Risk Limit Asset brauchen wir natürlich nicht so viel haben wir ja auch gar nicht jetzt hier auf diesem Unterkonto deshalb spielt es keine Rolle was habe ich jetzt hier alles da drüben wir haben Limit und wir haben Market Limit Order bedeutet ich kann also ein Target ermitteln zum Beispiel aus diesem Swing heraus kann ich sagen okay ich setze mir die Retracement an haue die nach oben schaue mir okay wo ist das 0,5 Level dass sie eine große Ablehnung hat somit könnte ich sagen okay bei 29.950 würde ich sehr sehr gerne in einen Long hineingehen jetzt hätte ich die Chance noch zu sagen okay ich könnte aber auch mein Target nutzen nur für das Target hilft mir die Retracement jetzt hier nicht wirklich weiter somit bräuchte ich ja eigentlich eine Verfeinerung okay was könnte ich machen ich könnte zum Beispiel die Trend passiert die Fibonacci noch ansetzen sagen okay wenn wir nach oben kommen könnten dann wetten wir so ein Level zwischen 30.2 und 30.240 also nehmen wir hier 30.240 Dollar ein SL setze ich nicht kann man machen wenn ihr sagt das Risiko ist mir zu hoch dann habt ihr natürlich die Möglichkeit das auch anders zu positionieren indem ihr sagt okay maximal 1% Verlust dann will ich wieder raus absolut möglich und dann könnt ihr da natürlich rein so ich muss ein bisschen mehr Asset reinhauen sonst geht das nicht zu wenig Kapital drauf damit gesagt machen wir Long so also ihr seht hier nochmal Orderpreis Hebelgrösse immer drauf achten ganz ganz wichtig dann was haben wir hier alles für Sachen okay gut somit habe ich jetzt also die Möglichkeit diesen Long vorzubereiten wir haben jetzt aber auch die Chance einen Market Order zu machen wir fallen wir gehen jetzt davon aus wir fallen es ist jetzt keine fundierte Analyse gesehen jetzt einfach mal schnell schnell gehen wir jetzt davon aus wir fallen herunter kann ich jetzt also auch jetzt sagen vor allem wenn ich scalpe brauche ich ein bisschen Luft also würde ich sagen okay ich gehe jetzt mal in einen Short hinein ich will euch ja noch andere Optionen zeigen jetzt habe ich einfach einen Short eröffnet über Market Order wichtig Market Order kostet mich Geld weil ich entziehe dem Markt Geld jetzt denken viele was du gehst doch rein mit Kapital wie entziehst du Geld na ganz einfach wenn ich einen Hebel 3x habe ich gehe mit 100 Dollar rein leie ich mir nochmal weitere 200 Dollar vom Exchange meine Limit Order leie ich mir natürlich auch Geld aber zu einem späteren Zeitpunkt somit gebe ich die 100 Dollar die ich eingeloggt habe gebe ich quasi den Markt bereits schon zur Verfügung und im Hintergrund wird natürlich damit immer irgendwie gearbeitet bis ich die Order lösche oder neu positioniere alles möglich ich sehe also meine realisierte GUV ich bin zwar jetzt hier schon grün aber ich habe auch Kosten gehabt und diese Kosten zeigen mir hier eigentlich schon mal relativ gut am Anfang auf wo ich bin jetzt ich habe jetzt 5 Rappen verloren und 2 Rappen bin ich im Gewinn wenn ich das gegenrechne also bin ich jetzt noch 3 Rappen im Minus also wenn man das jetzt so anschaut so also wir sind jetzt reingegangen jetzt habe ich hier ebenfalls die Möglichkeit so wir haben hier verschiedene Sachen die will ich nochmal kurz drauf eingehen ihr seht hier okay wir sind hier Short 3X die Grösse meines Trades den Eingang bei 30.086 Dollar der aktuelle Markierungspreis der liegt bei 30 und 44 Dollar und wir haben einen Liquidationspreis sollten wir uns irren der ungefähr bei der 40.000 Grenze liegt so und jetzt haben wir das Ganze geschenkt also das heisst wir sind jetzt mit einer 30 Dollar Marshing drin und wir wollen ja irgendwie auch Gewinne realisieren so jetzt könnte man hier wiederkommen und sagen okay wir haben ja das bärische Ziel das bullische Target angeschaut ich würde jetzt aber gerne auch ein bisschen bärisch sehen somit habe ich hier natürlich nochmal einen Zyklus den ich nehmen kann vom Higher High Lower Low zum Higher High oder wir nehmen nur diesen Zyklus ein bisschen konservativer ist dann gehe ich hier runter zum Lower Low hier hoch zum Higher High setze das hin so und sehe jetzt dementsprechend wo wir sind aktuell sehe ich ich habe 12 Cent Gewinn 5 hatte ich Minus also werde ich theoretisch schon 7 Cent Gewinn klingt jetzt natürlich nach sehr wenig ist auch ein kleines Kapital aber spielt jetzt auch keine Rolle so das 0,5 für die Runden ist also wichtig das große Wahrscheinlichkeit das wird das Anlauf laufen das wäre bei 29.971 Dollar ich könnte jetzt also hier hingehen und sagen okay ich will diese 29.000 und ich runde es gerne auf 29.975 wie viel möchte ich von dem was ich drin habe in diesem Gewinn realisieren jetzt kann ich kommen okay ich nehme hier 25% bereits weg und klicke hier auf jetzt habt ihr hier hinten eine kleine 1 das bedeutet wenn wir jetzt auf dieses 0,5 runtergehen nehmen wir die 25% jeder der mich schon ein bisschen kennt es ist schon passiert tut mir leid es ging ein bisschen schneller als ich wollte dann haben wir hier unten nochmal unser Target dieses Target sagen wir das sollten wir doch eigentlich noch anlaufen somit kann ich jetzt kommen und sagen ich mache nochmal eine zweite Limit Order und zwar bei 29.840 hier mache ich 50% auf Limit und ich will noch den Rest dann beim 0,866 bei 29.000 da runden wir ein bisschen auf auf 740 also 29.000 oder 750 wäre mir sympathischer da gehen wir die restlichen 100 rein und klicken ebenfalls auf Limit jetzt seht ihr ich habe hier eine 2 bei Limit wenn ich drauf gehe sehe ich ah das ist ja super das zieht es hier ab ich kann aber jetzt auch jederzeit kommen und sagen ja Moment mal ich würde hier gerne 10% Market rausnehmen und ich könnte closen das will ich jetzt nicht weil die Gebühren sonst zu hoch sind das macht jetzt absolut keinen Sinn was wir jetzt aber sehen ist wir sind runtergefallen wir haben unser Trade hier oben gestartet das seht ihr wir haben schon Gewinne realisiert somit sind wir eigentlich auf der Safe die Safe Side was wir jetzt machen können ist wir haben hier das 0,32 die Wahrscheinlichkeit dass wir jetzt hier wieder hochkommen ist hoch denn was sehen wir wenn wir näher in den Chart hineingehen sehen wir dass das 0,5er schön gebounced hat somit möchte ich jetzt aber auch noch einen Stop Loss setzen könnt ihr hier natürlich drauf und dann sagen wir okay wir haben das 0,32 Level bei genau 30.000 Dollar und 46 Cent das bestätigen wir das ist unser Stop Loss somit wenn wir hier hochkommen dann haben wir Gewinne gemacht spielt keine Rolle wir sind da Safety Safe raus und das passt natürlich wenn wir aber wieder zurückfallen dann gehen wir hier ins tiefere Tief hinunter und holen natürlich den Bereich ihr seht dass jetzt hier eben auch die Limit Orders angezeigt werden wie ein Long den wir eben close was könnte man noch tun oder was ist noch wichtig man könnte zum Beispiel auch sagen okay ich möchte die Marge hinzufügen oder entfernen ich könnte es verkleinern dann bezahlt man natürlich auch noch ein bisschen Geld dazu also man kann entweder erhöhen okay ich erhöhe die Marge hier um ein paar wenige USDT mal einfach als Beispiel dann sehen wir auch hier müssen wir natürlich auf den Liquidation Preis achten auf den Eingangspreis jetzt hier das Bestätigung ist zu klein gewesen dass es hier eine Auswirkung hat aber ihr seht wir bauen jetzt hier tiefere Tiefsatz also unsere Strategie hat bereits schon sehr gut geklappt das 0618 das Golden Pocket müsste also dann auch noch durchbrochen werden damit es eben weiter funktioniert aber genau so kann man eben relativ entspannt und einfach traden man muss nur ein bisschen das Handwerk wissen man kann und das ist meine Empfehlung wenn ihr dann zum Beispiel hier mit diesem aktuellen Trade wenn ich den Pinsel finde hier sollte man hier runter gehen unterhalb des 06 hier rauf holen wir da nochmal Gewinne man holt hier nochmal eine Ablehnung dann würde ich diesen Stop Loss hier auf das 05 runter setzen und dann seid ihr da ebenfalls auch schon wieder sehr sehr safe ja das ist eigentlich die große Kunst des Trade mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen ihr könnt jetzt da machen wie ihr wollt testet das gerne spielt gerne wer noch nicht da drauf ist oder registriert ist dürft ihr das gerne tun es gibt nämlich auch Neuheiten von meiner Seite zukünftig jeder der mit der FIMEX oder bei mir über das FIMEX Account rein ist hat kostenlosen Zugang zu uns in den Academy Club und er hat auch kostenlos den Indikator zur Verfügung für alle die die den nicht leisten können oder sagen ja das ist mir aktuell noch zu teuer habe ich auch gute Neuigkeiten der wird nämlich massiv günstiger werden und eben auch mit dieser Strategie wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe eben arbeiten also seid ihr da auf der sicheren Hut mehr habe ich nichts zu sagen wenn du noch Fragen hast schreibe es gerne unten rein ich würde mich natürlich sehr sehr freuen ich sage Tschüss aus der Schweiz bliebe gesund und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video nächsten Video Sound